Herzlich Willkommen zum Video und ich wollte jetzt sagen, wie das Alltag aussieht, wie es abläuft, genau, dann erkläre ich euch mal, wie es aussieht, montags, also heute, Schule erstmal, also aufstehen, Frühstück und Schule, dann, 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 Schule, dann nachhause, Video hochladen, dann Dienstag ist Schule, auch mittags, Dann haben wir Dienstag haben wir dann noch Schule aus, rausgebracht, nicht Video, da kommt kein Video auf jeden Fall, Mittwoch ist Rallye Schwimmen, Pause von uns Deutsch zu Mittagessen und Schule aus, 13.30 Uhr, das heißt Mittwoch um 14 Uhr, nee 17 Uhr Mittwoch, dann am Tag haben wir Morgensmatte, Pause, Werken, Schule bis zum Mittagessen, dann haben wir, dann haben wir noch Mittagessen, Pause, Freizeitstunde, Freitag, Seelenkaufel, Projekt, Pause, ich habe dann Metall, Mittagessen und Metall, Mittagessen dann noch. Busaufhaben, dann kommt auch kein Video, sondern ich drehe einen Rock für Samstag, am Wochenende ist das Samstag Bundesliga, sollte ich eigentlich auch rocken, mache ich auch, Samstag kommt einer, Samstag, also Freitag, drehe ich den Rock für Samstag, und Samstag drehe ich für Sonntag, und Sonntag drehe ich den Rock für Montag, Dienstag drehe ich den Rock für Mittwoch, dann schneide ich abends, Dienstag abends, und Mittwoch abends schneide ich den für Sonntag, gehen und so machen wir jetzt, und dann, Freitag kommt kein Rock, Zeit am Donnerstag schneide ich den, dann kommt am Donnerstag, Samstag, Samstag rein, Freitag schneide ich den, und Samstag rein, und Samstag rein, und morgen wird es, morgen drehe ich einen Block, wird schon verraten, ok, ich verrate euch, morgen kommt ein Block, wo ich euch mal die Schuhe zeige, mit einem Kumpel, der ist vorher, mein Zimmer habe ich schon getätigt, mehr Impfung, mehr Impfung hat, Kind noch, bis es so, jetzt muss ich wieder schneiden, und Fernsehen gucken, 20 Minuten noch, hochladen, das ist 20 Uhr, es kommt halt um 20 Uhr, das Video genau, und, wenn ich, wenn ich, wenn nicht, dass mein Daumen nach oben da, und wenn ich mal die ganze Buchung zeige, nur mein Zimmer, nicht, oder doch auch, dass meine Daumen nach oben da, und, ja, unten nur, weil oben ist, und, ja, genau, Ich muss es schneiden, mit dem Fernseher hochladen, dass ein Centio online ist. Lasst mal den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und, ähm, ja, heilen wir uns dann. Dann sehen wir uns morgen schon wieder nach der Schule. Ich muss jetzt schneiden, explodieren auf dem Movie Maker Nachrichtskette, und, genau. Um 20 Uhr kommt der Vlog heute, das Video online. Heute um 20 Uhr. Schalt alle ein, dann passt schon. Demnächst kommt mein Vlog Video, wo ich die Schubladen euch zeige, oder hab ich das schon? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oder, also so, ja. Also, das war's für heute. Fast 6,5 Minuten aufgenommen. Das war's für heute. Hat wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen wieder. Und am Mittwoch, oder am Mittwoch, seht ihr mich auf Youtube am Mittwoch. Und dann sage ich. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tüsch. Tschüss. ius-Kiunsch. Tschüss. Toe-Tüsch. consta-tüsch. Come such-tüsch. Tsfa-tüsch... Porta-büsch. emploft. Untertitelung des ZDF, 2020